Was geht und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Leute, es ist gar nicht mal so lange her. Ich habe heute Morgen ein Video hochgeladen zu dem Nintendo Switch Japan-Turnier. Und viele von euch haben mir auch schon in die Kommentare geschrieben und haben gesagt, ja geil, ich mache damit und ich gebe mein Bestes um diese Sachen zu bekommen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Einige von euch meinten, oh okay, es lohnt sich jetzt sogar wieder Fortnite auf der Nintendo runterzuladen. Also tatsächlich ist es in Deutschland nicht so weit verbreitet auf der Nintendo Fortnite zu spielen. Leute, aber ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wer von euch hat dabei da mitgemacht oder ja, hat es zumindest versucht, würde mich mal auf jeden Fall interessieren. Ansonsten lasst doch gerne mal ein Abo, dann natürlich auch die Glocke aktivieren, um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen rund um Fortnite und meinen Creator-Code Meta-8 im Gegensatzjob eingeben, um mich kostenlos zu unterstützen für den Hustle, den ich hier betreibe, denn ich bin noch immer im Urlaub. Ich fahre erst morgen wieder zurück nach Hause und ich nehme von unterwegs auf. Ja, tatsächlich im Auto, im Hotelzimmer, überall und ich gebe halt mein Bestes, wenn ich irgendwelche Infos finde. Ja, und deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem heutigen Video an. Und zwar soll es nochmal um die drei oder vier Items gehen, die wir kostenlos bekommen können mit dem Fortnite-Nintendo-Switch-Turnier. Einige haben es noch nicht so ganz verstanden und da waren auf jeden Fall noch einige Fragen offen. Deswegen dachte ich mir, beantworte ich diese, denn am dritten könnt ihr immer noch oder heute könnt ihr immer noch am Turnier teilnehmen bis morgen früh. Ja, Leute, das Ganze läuft so ab, dass ihr an dem Turnier teilnehmen müsst. Ihr müsst eure Konsole auf Japan stellen oder zumindest Matchmaking auf Japan und dann seht ihr auch schon direkt das Turnier bei euch in der Leiste. Ja, wenn ihr dann da mitmachen möchtet, geht es um die Punkte, die man sammeln muss, denn man braucht ja insgesamt 20 Punkte, um diesen Dark Tricera Ops Skin zu bekommen, also den Skin, den man eigentlich haben möchte und nicht die Spitzhacke. Und insgesamt braucht man ja einfach nur 20 Punkte. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Ich erkläre es euch jetzt. Für einen Kill gibt es einen Punkt, also pro Kill einen Punkt. Wenn ihr die Top 25 erreicht, kriegt ihr dafür drei Punkte. Wenn ihr die Top 15 erreicht, kriegt ihr zwei Punkte. Und für die Top 5 kriegt ihr nochmal zwei Punkte. Also sagen wir, ihr seid in der Top 5, dann habt ihr schon einige Punkte, dann habt ihr schon mal fünf und dann nochmal zwei, dazu sind sieben. Wenn ihr dann nochmal einen Sieg habt oder Victory Royale, also den epischen, einsammelt, dann kriegt ihr zehn Punkte. Sagen wir, ihr habt dann nochmal fünf Kills in der Runde gemacht, habt ihr mit einer Runde schon mal 15 Kills gemacht und das ist schon mal richtig, richtig heftig. Also ist es gar nicht mal so schwierig, irgendwelche kostenlosen Sachen auf der Switch zu bekommen. Ich tatsächlich muss sagen, okay, ich bin jetzt nicht der Beste auf der Switch, ich habe es einmal versucht und Bruder, es hat auf jeden Fall absolut nicht geklappt, deswegen würde ich es auch nicht nochmal machen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass einige bei meinen Zuschauern auf der Konsole sind. Auf jeden Fall der Sargon, der spielt auf der Switch, das weiß ich noch von damals, der hat immer auf der Switch gespielt und das auf jeden Fall müsst ihr nur machen. Also eine Runde gewinnen und dann habt ihr schon 15 Punkte, die ihr sozusagen einlösen könnt für den Dark Trezera Ops-Skin. Das ist wirklich sehr, sehr heftig und wenn es sowas auf der Playsee geben würde, ich glaube, dann würde jeder einzelne von euch diese kostenlosen Sachen haben. Schreibt mal gerne eure Meinung natürlich in die Kommentare. Diese Frage war noch nicht offen, denn viele haben gefragt, ey, wie viele Punkte kriege ich denn und wie sammelt man da diese Punkte und so weiter. Das wollte ich nochmal auflösen. Es war zwar in dem letzten Video eingeblendet, aber viele haben sich das nicht angeschaut und ich habe es auch nicht so richtig gut rübergebracht. Deswegen dachte ich mir, ich muss das Ganze nochmal gerade stellen und euch nochmal darüber informieren. Denn 5 Punkte gibt es für das Lama Spray, also das Cup Lama Spray. 10 Punkte für die Spitzhacke, für die, ähm, für die, Bruder, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Auf jeden Fall für die Spitzhacke braucht ihr 10 Punkte. Und 20 Punkte braucht ihr für den Dark Trezera Ops-Skin mit dem Dark Hedgeling, also mit dem Drachenei Rückenaccessoire. Und dann habt ihr auch schon alle Sachen freigeschaltet. Die Ersten haben sogar die Sachen schon freigeschaltet bekommen. Das blende ich euch nochmal im Hintergrund ein. Die Ersten haben schon ihre Sachen eingelöst und haben die Belohnung sogar schon bekommen. Also es funktioniert wirklich und ist kein Scam, Leute. Das war's von mir, wenn ihr euch gefallen habt, dann lasst doch gerne mal ein Like, dann lasst euch auch ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren und meinen Creator-Code Meta-8 im Gegensatzjob eingeben. Einfach Support ist kein Mord, wäre auch absolut Ehre von euch. Wir sehen uns im nächsten Video, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.